Ja, das ist mein Hotelzimmer im Sierra Grande gewesen. Man kriegt jeden Tag so Duschsachen, bisschen Duschen, jeden Tag zwei Wasser, ein bisschen Kaffee, bisschen Tee, ein großes Bett. Hier passen drei Leute rein, Flatscreen, Safe, Kühlschrank, Wasserkocher, Achja, Bademantel, zwei Stück und ein Haarfön, das ist so das Highlight hier. Und diesmal hatte ich auch einen Balkon. Und von denen hat man die Aussicht. Vielen Dank.